Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Blue Kaizo. Im letzten Part habe ich die Route hier machen müssen. Was uns leider nicht wirklich verschont bleibt für die nächsten ein oder zwei Parts. Leider ist Klotz von uns gegangen. Ich hoffe ihr habt ein paar aufmunternde Worte für mich, weil mich schockt es noch immer, dass Klotz das Zeichliche segnen musste. Eugene wird ihn adäquat ersetzen. Sure, I'll play with you. Schade, dass es hier noch keine Doppelkämpfe gibt. Beauty send out Golduck. Oh, da habe ich natürlich ein Wasser-Pokémon gewählt. Mensch. Was ein Zufall. Oh, ein Raichu. Hm. Was ich da wohl mache. Wie wäre es mit Krabhammer. Oh, Sand Slash. Oh. So nett von dir, dass du es mir so einfach machen willst. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Level. Oh, Level 49 schon. Die viel Beauty. Ah, Beauty and the Beast. So. Final Cut hat auch schon ein neues Level erreicht. Dann schicken wir jetzt mal Air Balloon nach vorne. Do you want to Pokémon with me? Was? What the fuck? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich will nichts von dir. Und ich will auch nicht Pokémon mit dir. Oh, Clefable. Geh weg. Ein besiegtes Clefable. Yuga. Oh Gott. Ich das schon sehe. Eisbeam und ich bin mir bestimmt eingefroren. Nein? Wow. It's over already? So sieht's aus, meine kleine Schönheit. Da ist nichts. Oh, Ripple's effect were off. Natürlich kommt jetzt hier direkt ein Pokémon und es ist ein Zandamer. Ich mache das mal Rest. Wow, your badges are too cool. Halt mir aber auf. Oh, scheiße, mein Popschutz. Mh, Satenia. Autsch. Body Slam. Wenigstens kann ich so nicht paralysiert werden. Wenigstens triff ich mich jetzt aber so mit einem Rasierblatt Volltreffer. Autsch. Autsch. So, eben kurz das Fenster. Ein bisschen zumachen, weil mich das Hundegebelle auf den Sack geht. Oh, Level 49 für Air Balloon. Oh, Nine Tails. Wie wäre es mit One The D? Von wegen Nine Tails und One The D? Nicht? Okay, da bin ich schon still. Die fehlte Junior Trainer. Not enough. So, warte. One The D kriegt jetzt erstmal wieder... Kriegt jetzt erstmal noch Erfahrungspunkte, ne? Oh, 249. Ich glaube, da ist der nächste Trainer eigentlich sogar ganz gut für. Erstmal das Kalzium hier mitnehmen. Von wegen Knochenstärken und bla. Ist hier auch was? Nein. Okay. Ah, ein Pokémon. Und es ist... Ein Schlurp. Nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht. My cute Pokémon wish to make your... Acquaintance. Was? Ah, Butterfree. Nein. Bitte, Digdry. Sorgt dafür, dass dieses Smetbo geht. Wegfliegt. Danke. Ein Ponica. Hm, Oma. Was hältst du denn davon? Ich glaube, das wäre was für dich. Oh. Oh, Stampfer. Oh, wir sind ein Ponica und ich muss ja unbedingt ein Pferd sein. Wigglytuff. Wildly-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff-tuff. Ah, Donnerwelle... Als ob ich schon nicht gestraft genug wäre. Nein, jetzt kommt natürlich noch Blizzard. Oh, Mann. Ich brauch echt Hyperheiler. Vaporian Aber das kann bestimmt Eine Eisattacke Ich meine ich kann nicht mal eingefroren werden Aber es nervt trotzdem Irgendwo dann doch Ah Cool Ich bin echt stolz auf dich Aquana Ganz klasse Wow you totally won So was wie von wegen Wollt ihr den totalen Sieg oder was Hm Ein Sichlor Auch nicht schlecht Cool dass man es hier findet Ich glaube hier unten komme ich nicht weiter Habe ich so Heißt nicht im Gefühl Viertausend Sechstausend Joachim Noch ein Sichlor Hm Nee aber es ist ja nicht das Pokémon was ich will Nein Außerdem habe ich schon ein Käfer Pokémon Und mal abgesehen von Nadelrakete und Duo Nadel gibt es keine guten Käfer Attacken hier Thero Ich weiß nicht warum ich Erdbeben gemacht habe Fragt mich nicht Vielleicht weil ich lebensmüde bin Oder einfach nur zu schnell geklickt habe Farfetch Der Farfetch ist kein Problem Ich bitte dich Seht ihr? Sag ich ja Kein Problem Charizard Schicke ich mal Eugene nach vorne Bei so einem Glurak Da muss man schon Respekt haben Und ich kann dich ja schlecht mit einem Diktri Hauptsache mir fiel gerade der Name nicht ein Oh Ein Tauboss Wie wärs mit nem Krabhammer Ein Tauboss ist auch so ein Pokémon Wo ich sage Da hab ich eigentlich nix Gegen Oh Ja gut Ich glaub der Kampf war Leicht unnötig What you looking at I'm looking at your bike I'm looking at your Lovely nose Oh noch kein neues Level Schade Naja gut Dann wird das Weezing halt dafür sorgen Dass ich jetzt ein Höheres Level erreiche Auch nicht Dann wird halt Das Omon dafür sorgen Dass ich ein höheres Level erreiche Ach so Auch nicht Okay Wieder ein Bird Keeper wahrscheinlich And the wind's blowing my way Blow me the way Na 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 Der Bird Keeper hat fünf Pokémon Show me the way Schon wieder Farfetched Ey komm schon Slash Endlich Level fünfzig Do-do Wie wärs mit Airballoon Komm Wow Wow Fear Row Ist ja auch ein Vogel Angst hat der roh ist Und Angst hat Hat ja auch Ist ja Fear Oh Wer der roh ist Oh Nein Oh Oh Ach deswegen Oh Fear Row Okay Ein Crit Mhm Warum kannst du Triplette Okay so langsam Bräuchte ich ein Pokémon Center So ganz Dezent langsam Weil Lange Halte ich das nicht mehr durch Oh Schon wieder ein Tau Boss Wow Was für eine Überraschung Ach du kannst auch Hyperstrahl Mensch Wen wundert's Ja Ich hab keine Tränke Ich habe Nichts Hm Wird ein bisschen schwer Bisschen ja Eigentlich wollte ich Ausgeglichen trainieren Eigentlich Tja Das ist mir jetzt Nur mal nicht vergönnt Ich würde sagen Ich beende das Video hier Gehe zurück zum Pokémon Center Und stelle mich genau Hier wieder hin Und Wir sehen uns dann Beim nächsten Mal Weil das wäre jetzt Ein bisschen scheiße Wenn ich jetzt wieder Zurück zum Pokémon Center Gehen muss Und Das wieder aufnehme Deswegen mache ich das Offscreen Bleib dann genau Hier stehen Und verabschiede mich von euch Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Leute Haut rein Und Ciao Ciao Bis dahin Leute Untertitelung. BR 2018